Musik Gescheite Kinder statt gestopfte Politiker. Die 37-jährige Frontfrau der Wiener Neos gibt sich im Wahlkampf das Image der Sauberfrau und kritisiert den Parteienfilz. Dabei kennt Beate Meindl-Reisinger den so genau wie kaum eine andere. Sie war vorher im Engagement bei den Neos Mitglied der Wiener ÖVP-Frauen, Referentin für die glücklose ÖVP-Chefin Christine Marek und auch in der Wirtschaftskammer tätig. Nach zwei Wahlschlappen bei den Landtagswahlen in der Steiermark und in Burgenlands brauchen die Pinken in Wien einen Sieg um jeden Preis. Die Umfragewerte sind allerdings durchwachsen. Mit durchschnittlich 6 bis 7 Prozent wird man die gestopften Politiker noch kaum ärgern können. Die Neos sind ja sehr bekannt für ihre Privatisierungsforderungen. Und jetzt gibt es in Dreskirchen eine Firma, die die Flüchtlinge betreut, nämlich die ORS. Das ist eine private Firma. War das falsch, dass man die Flüchtlingsbetreuung privatisiert hat? Ich glaube, es ist falsch, da den Fehler bei einer Firma zu suchen. Aber auch in Vordernberg haben wir kritisiert, dass hier hoheitliche Aufgaben in die Hände von privaten gewinnwirtschaftenden Unternehmen gelegt werden. Das können Sie nachlesen. In der Flüchtlingsfrage ist aber nicht ein Unternehmen verantwortlich. Wo war die Bundesregierung? Wäre es besser, wenn die Flüchtlinge vom Staat betreut werden oder von einer privaten Firma? Herr Thür, wir zahlen jede Menge Steuern in diesem Land, damit Aufgaben vom Staat bewältigt werden. Und die Politik hat hier versagt. So wie in anderen Fragen auch beim Thema Bildungsreform, beim Thema Pensionsreform. Jetzt wollen Sie die Flüchtlingsbetreuung offenbar wieder in staatlicher Hand. Sie wollen auch keine Wasserprivatisierung, über die wir ja lange diskutiert haben. Sie wollen die Gemeindewohnungen in Wien nicht verkaufen. Ist der Staat der bessere Unternehmer? Mir geht es darum, dass die Stadt große Aufgaben zu bewältigen hat in den nächsten Jahren. Leistbarer Wohnraum gehört sicherlich dazu. Aber die Entwicklung fällt schon auf. Sind die Neos nun Privatisierungen skeptischer gegenüber? Privatisierung ist kein Selbstzweck. Wogegen ich ganz entschieden auftrete, sind beispielsweise städtische Unternehmungen, wo man Parteigänger, Günstlinge versorgt mit Jobs, die eigentlich aber privatwirtschaftlich, es geht ja auch darum, den Steuerzahler wenig zu belasten, handeln sollten. Etwas, womit Sie immer wieder kommen, auch jetzt, war vor allem mit der Kritik an den Ausgaben der Stadt Wien für die Anzeigen. Warum, glauben Sie, macht die Stadt Wien so viel Werbung? Ich glaube, das müssen Sie die verantwortlichen Stellen von der Stadt Wien fragen. Ich kann nur sagen, was ich sehe. Und ich sehe beispielsweise, dass mir eine Umweltstadträtin erklärt, dass Wien Mistkübel hat. Das fällt für mich nicht in die Kategorie Information. Das sind Muster struktureller Korruption. Und das ist mein Vorwurf an diese Stadt, auch an Michael Häupl, dass er es zugelassen hat, dass wir ein System haben, das Günstlingswirtschaft, Freunderlwirtschaft und auch diese Muster von struktureller Korruption begünstigt. Aber wenn Sie der Stadt Wien strukturelle Korruption vorwerfen, dann machen Sie selbst, Sie werden davon schon gehört haben, schlagen Sie Medien einen Tarif vor, der recht ungewöhnlich ist. Die Neos buchen bei Medien Anzeigen und Werbeschaltungen und bieten den Medien an, dann mehr zu zahlen, wenn die Neos mehr Prozent bei der Wahl erreichen. Also 50 Prozent des Werbetarifs gibt es gleich. Das geht dann stückweise rauf und ab 10 Prozent. Und das Wahlergebnis gibt es 100 Prozent. Wie wird sich das denn auf die redaktionelle Berichterstattung eines Mediums aus, das diesen Deal angenommen hat, wenn das Medium mehr Geld bekommt, wenn Sie mehr Prozent bekommen? Schauen Sie, dazu ein paar Dinge. Das ist völlig absurd, was da jetzt versucht wird zu konstruieren. Und ich meine, es ist ja auch nur ein Zeichen, dass wir offensichtlich unbequem sind, sehr unbequem sind und eine Bedrohung für ein System. Worum geht es? Wir sind die einzige Partei, die sich rein aus Spenden, privaten Spenden und Darlehen finanziert. Im Übrigen alles transparent. Das hat auch Hubert Sickinger vor kurzem festgehalten, dass wir exemplarisch sind, wenn es um Transparenz geht. Worum geht es noch? Wir haben, und das habe ich eben mitgebracht, von Juni bis August 66.000 Euro ausgegeben an Werbung. Der Unterschied ist… Im gleichen Zeitraum… Nein, lassen Sie mich ausreden, Herr Thür. Das sind die Zahlen der anderen Parteien. Das ist alles aus Steuergeld. Das ist alles Steuergeld. Und das ist die Ausgabe der Stadt Wien. Das ist die Ausgabe der Stadt Wien im gleichen Zeitraum. 5,7 Millionen Euro aus Steuergeld. Über was reden wir da eigentlich? Aber wenn Sie der Stadt Wien und den anderen Parteien strukturelle Korruption vorwerfen, wo ist da der Unterschied zu dem Modell, das Sie Medien anbieten? Wenn Sie indirekt dadurch vorwerfen, dass die Stadt Wien und die anderen Parteien versuchen, auf Medien mit massiven Inserateschaltungen Einfluss zu nehmen und Sie dasselbe dann mit diesem Rabattmodell auch machen, wo ist denn dann der Unterschied? Ich will keinen Einfluss nehmen zu keiner Zeit auf Redaktionen. Das habe ich auch immer gesagt. Das werden Sie im Übrigen auch bezüglich dieses Angebots, das von unserem Wahlkampfleiter ja kommt, es wurde nicht angenommen, im Text finden, dass klar ausgebracht wird. Nein, also es wurde nicht angenommen. Ich habe kein Geld. Wie gesagt, nochmal, was soll ich tun? Mein Job ist es, diese Botschaft zu verbreiten. Das nennt man Werbung. Ich kann das nicht machen, wie die anderen Parteien aus fetten Steuertöpfen und schon gar nicht, wie die Stadt Wien auch aus Steuertöpfen in Millionensumme. Sie haben mal gesagt, die Politik in Wien sei fett, faul und filzig geworden und Sie wollen die Parteienförderung, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, kürzen. Wenn Sie es in den Gemeinderat schaffen, werden Sie die Parteienförderung in vollem Umfang in Anspruch nehmen? Wir haben im Parlament, im Nationalrat schon einige Anträge gestellt, die Parteienförderung zu reduzieren, zu halbieren. Es wurde nicht angenommen. Ich werde dafür kämpfen im Wiener Gemeinderat, dass wir die Parteienförderung halbieren. Aber für alle, weil ich schlage mir nicht selber sozusagen, kürze mir nicht selber die Waffe. Aber wenn Sie es selbst annehmen, werden Sie dann nicht selbst auch fett, faul und filzig wie die anderen? Also wäre das nicht, wenn Sie das den anderen vorwerfen? Das ist eine sehr gute Frage und ich gebe Ihnen auch eine Antwort drauf. Wir sind die Einzigen, die in unseren Parteistatuten verankert haben, dass wir Funktionsperiodenbeschränkungen haben. Etwas, was ich hier auch fordere, in Punkt 5 meines Abspeckplans, zehn Jahre in Regierenden... Schon werden jetzt über die Parteienförderung gesprochen. Ich möchte das so, und das ist nämlich eine wirklich gute Frage. Wir sind nicht Teil dieses politischen Systems. Uns gibt es, weil hier Menschen zum ersten Mal politisch aktiv werden. Wir sind nicht Teil dieses politischen Systems und wir tun sehr viel, damit wir es nie werden.